Der Furzende Selbstjustizler Diese neuen Freedom Pals klingen wie ein äußerst fähiges Super-Elektier Wir haben neues Zubehör, der Scheiß verkauft sich von selbst Das wird dir bestimmt nützlich sein Du Held ist echt immer weiter Held Nochmals Danke für alles Held Sieh mal einer an, was für eine Speicherkapazität Superklasse Halt meine Tochter aus deinen Furzgeschichten raus So was sehen die Elite-Unis nicht gerne In Ordnung, da wird Wendy aber echt überrascht sein Okay, kann ich zurück an die Arbeit? Danke Tool-Chat ist da! Ja, Schaaf! Solltest du nicht eaten? Solltest du nicht? Man ist nie zu jung, um was an sich machen zu lassen Drehst du hier deine Runden? Ich habe ein paar Neuheiten, Schnucki Ich weiß doch, wie sehr du auf Medizinbedarf stehst Ich bin ein bisschen schiefst! Ich bin ein bisschen schiefst! Tschüssi! Oh, come on! Draußen spielen heißt nicht im Schlafanzug Straßenkämpfe anzetteln. Du brauchst noch mehr vom süßen Kapitalismus? Packen wir es an! Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Und Immobilien. Steuerzahler-Rettungsschirmbonus. Wenn du auf Bankrott landest, müssen die Steuerzahler für dich einspringen. Und Bingo! Kreditausfallversicherung. Damit hast du dir den Marktmanipulationsbonus verdient. Benutz ihn vor dem Drehen, dann kannst du das Rad jederzeit anhalten. Auf Gold gestoßen. Gold for Cash Bonus. Alle Bankrottfelder werden zu Gold. Auf Gold gestoßen. Soja-Terminwaren. Agiles Investmentbonus. Verdreifache den Wert deines nächsten Felds. Du hast die nächste Ökonomiestufe erreicht. Ich mach nur Selfies mit stinkreichen Leuten. Es soll nächste Woche regnen. Wer hat den Teller nicht leer gegessen? Du brauchst die Drehzig. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Und Tech-Aktien. Insider-Trading-Bonus. Setzt du ihn vor dem Dreh ein, kannst du das Rad sofort anhalten. Und Immobilien. Zeit für Insider-Geschäfte. Und Immobilien. Soja-Terminwaren. Soja-Terminwaren. Deine Ökonomiestufe hebt ab. Diese Stadt braucht einen Helden. Riechst du das? Das ist der Geruch neuer Ware. Beeil dich lieber, bevor du dich mit irgendwas ansteckst. Oh, okay. Ich mach ein Foto. Aber nur, wenn es schnell geht. Juhu! Okay. Und jetzt ab mit dir. Okay, wir haben ein paar großzügige Kunden, die uns die Ärsche versichern. Sollenballen. Los geht's, Neuer! Superninja! Kompop-Chunbi! Ninja-Eung Jota! Dass mir keiner an mein Werkzeug geht! Todesschrauber! Ja! Ah! Ich bin drin? Okay. Piu-piu! Gelasert, Mann! Bestellt, ihr Süßen! Wollt ihr nach der Tracht Prügel-Raisins-Kalender kaufen? Kein Fall! Macht euch auf Schmerz gefasst! I am like a mountain! Beィh-eung! Gratul! Oh, schluss jetzt! Wear the Tiger in the grass! W-euh! 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 Die Möglichkeit kommt ohne Anleitung! Doppelschraube! Ich darf nie mit der Zwergzeuge spielen! Fühlt den Zorn von Humankind! Anscheinend können Blicke töten, nicht wahr? Gott sei Dank seid ihr Ninjas gekommen! Mir war so langweilig! Nimm das, DC! Doppelschraube! Doppelschraube! Der Predator findes its prey! Ninjas, die Balla! Super Ninja攻击! Gleiches Chaos! Wahahahaha! Ah! 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 Du haust echt ordentlich zu! Mein Werkzeug ist bereit! Habum! Feind erledigt! Es ist Kite Zeit! Heilung! Der Human Kite kann einfach alles! Hey! Sorry wegen des Zugs! Hör raus! Du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht Professor, das bewundere ich! Geilo! Das war echt super, Leute! Das ist doch der furzende Selbstjustizler! Das ist doch der furzende Selbstjustizler! Dann, du hast deine Leidenschaft! 1 Die! ...we held dear. ...but now all these other animals are coming. ...YOU! Was auch immer das war. Oh, nö. Da. Und ich möchte lieber nicht wissen, wovon du dich ernährst, neuer. Du denkst, du kannst das Chaos besiegen? Captain Diabetes! Mann, Lakaien, was ist denn los? Dein Check ist geplatzt, die Schergen des Chaos möchten bezahlt werden. Sehr gut, Wunderarsch! Na, wie? Wärst du nette Zeitmanipulation? Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling! Dann mal los! Das ist für meine Besten. Puh, so bitte, so als hätte das richtig wehgetan. Lauf heim zu Mama, du schwach Mart! Mikroaggression! Schlag ihn! Entfesselt das Chaos! Stirb, wickriger Menschling! Ich hab mit dem Meth-Labor, das ihr abgefackelt habt, meine Familie ernährt! Starterlaubnis! Selbst meine Zehen werden länger leben als er! Darf ich darüber lachen, oder? Chaos! Und das Chaos fordert ein weiteres Opfer! Zeig ihnen, was du drauf hast! Das würde ich niemandem wünschen! Zurück, Passanten! Das Chaos wird das alles erledigen! Ach, nicht übel, aber Diabetes ist zäh! Der hat vielleicht Nerven! Käpt'n-Diabetes ist kampfbereit! Die Armee des Chaos war noch nie so stark wie jetzt! Das Böse fürchtet die Kaltbläser! Ja! Die haben überhaupt keine Chance! Leute, wollt ihr meinen hammerndes Chaos sehen? Der ist cool! Muss ich gut anfühlen, so viel Chaos zu entfesseln! Ich verlass mich auf dich! Sehr gut, Wunderarsch! Ohne Chaos hätten wir's nicht geschafft! Wie hast du mein Rätsel gelöst? Du bist so schlau, da werde ich richtig neidisch! Gut, siehst du die Frau da? Red mit dir! Er... Er hat gesagt, wenn ich nicht tue, was er verlangt, stellt er schreckliche Dinge mit meiner Veranda an! Mach ein Selfie mit ihr! Mach schon! Es tut mir leid! Er hätte auf meine Veranda gekackt! Was sollte ich denn tun? Wir haben eh... Wuhu! Die Veranda gereinigt! Ich muss! Hehe! Das sollte reichen! Tut mir leid! Jetzt hab ich, was ich brauche! Mach's gut! Ich hab ihn geortet! Ich hab ihn geortet! Alle seine Nachrichten kamen aus dem Gemeindezentrum! Ihr habt sie gehört, Freedom Pads! Los zum Gemeindezentrum! Was soll ich? Was soll ich hier nicht sein? 1. 2. 2. 2. 3. 4. 6. 6. 6. 10. 10. 11. 12. 15. Ich bin der Schnellste in der Stadt. Fantastisch! Bis dann. Wo sind die anderen? Egal, wir haben keine Zeit. Schnappen wir uns diesen fetten Scheißhaufen. Okay, eins, zwei, drei! Oh mein Gott! Seht mal! Sieh an, sieh an! Die Freedom Pals und ihr neuerst Rekrut. Was hast du mit Wunderarsch's Eltern gemacht, fett Arsch? Noch nichts. Aber wenn ich erstmal mit euch fertig bin, wer weiß was dann. Du treibst es so weit! Wir machen dem ein Ende! Das Einzige, das hier ein Ende findet, bist du, Miss Tyrion. Wir wollen nicht kämpfen, Cartman! Jetzt nimm deine blöde Hand runter und lass die Spielchen! Wir müssen ihn aufhalten. Er hat die ganzen Follower vom Neuen. Auch mit ihrer Hilfe hältst du mich nicht auf, Kuhn. Das werden wir ja sehen, Wixer. Okay, Cartman. Sollen wir Mitch Connor für dich umlegen? Wir machen das Arschloch kalt! Wir können Mitch Connor aufhalten, Jungs. Aber trefft nicht mich! Leute, ich weiß nicht, wem ich hier noch glauben kann! Echt? Ist doch eigentlich alles scheißoffensichtlich! Oje, Mene, dieser Mitch Connor ist wirklich ein hinterhältiger Heimtuckerer! Jeder kann Bürgermeister werden, wenn er sich anstrengt. Ich glaube, ich bin jetzt nochmal dran. Hey, man unterbricht jemand nicht bei seinem Zug! Oh Mann! Sorry, wegen des Zugs! Oh, shit! Nein! Ja, bitch! Du bist tot! Diabetes-Time! Oh yeah! Dein muskelbepackter Körper ist der perfekte Schutzschild, Kuhn. Ich bin für meine Superstärke bekannt, Wixer. Verdammt, ich hab Arschlons Eltern nicht entführt. Du bist so ein verfickter Lügner, Cartman! Wohahahahaha! Au, Mitch Connor ist da grün! Und der Bewegungseinschränkung. Hast du keine Ehre, Schurke? Ihr Superhelden blutet ja so schnell. Spar dir deinen Spock! Und du wirst schwerfällig. Jetzt wird's was! Bleib locker, Arschlons. Ich will auch deine Eltern finden. Äh, sowas Lames zählt nicht. Ich bin dran! Ich spüre Zucker durch meine Adern, Riesen! Ich gehöre hier nicht dazu. Fick dich, Cartman! Du tust dir nur selber weh. Wir wissen, dass du nicht wirklich die Geisel deiner Hand bist, Arschloch! Oh ja, das Würdige ist das Opferschmack. Au! Armer Kuhn, du scheinst alles abzubekommen. Ja, weil die anderen nicht zielen können. Cartman, hör auf! Nervthaft! Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen! Die Zeit läuft, Lakai! Para servirle! Quiero luchar! Deine Kuhn-Freunde wirken irgendwie nicht mehr so freundlich. Halt's Maul, Connor! Ich hab'n gutes Gefühl bei der Sache. Das Blut deiner Freunde klebt an deinen Händen, Kuhn. Das verursacht Super-Ekel. Außerdem blutest du. Beeilung! Au! Hallo, ich bin auf deiner Seite. Captain Diabetes mischt wieder mit! Hier komm' ich, Leute! Macht Gott! Sieg! Wow, Leute, ihr habt Mitch Connor besiegt! Wo sind Wunder-Arsch's Eltern? Das erfahrt ihr nie. Nein, Connor! Scheiße, er ist weg! Kommt! Schaffen wir das fette Stück Scheiße zur Basis! Wen meinst du, Human-Kite? Cartman wird nur auspacken, wenn wir ihn foltern. Manchmal ist Folter die einzige Lösung. Ihr wollt mich foltern? Warum? Alle mal zur Freedom-Pulse-Basis! Den Wichser quetschen wir aus! Was labert ihr? Ich bin's! Der Kuhn! Was? Kann ich von Nutz, von Nutz? ...behilflich sein? Fantastisch! Bis dann!